...von dessen weiterer Verlauf genommen zu West-Berlin, die Spree als Grenzfluss und ihr weiterer Verlauf im West-Rechte-Ufer zu Ost-Berlin. Links das historische Gebäude, das Reichstag, der Präsidenten-Verläh stand auch noch in Ost-Berlin. Heutzutage wird dort Alkohol empfohlen, ist also die Party-Ecke im Regierungsviertel und dann lässt sich Umwelchkeiten immer wieder gerne...